Junior-Diener Ebimbe bleibt der Eintracht aus Frankfurt auch über die gerade vergangene Saison hinaus erhalten. Denn nachdem der 22-jährige französische Mittelfeldspieler die vergangene Saison auf Leihbasis bei der Eintracht verbracht hat, konnte man nun eben die Kaufoption aus seinem Leihvertrag von Paris Saint-Germain ziehen. Demnach ist der vielseitig einsetzbare Franzose nun an die Eintracht gebunden bis 2027 und es fließen dem Vernehmen nach wohl so ca. 6,5 Millionen Euro an Ablöse nach Paris zu Paris Saint-Germain, was dann doch schon ein echt gutes Schnäppchen darstellt, denn im vergangenen Sommer hat man ihn geholt mit einem 5 Millionen Euro Marktwert, der konnte ihn jetzt steigern auf 7,5 Millionen, also man bekommt ihn durchaus unter seinem Marktwert, was auf jeden Fall schon mal ein guter Deal und ein gutes Schnäppchen ist. Allerdings gibt es natürlich auch einen kleinen Negativpunkt und das ist eine Rückkaufoption, die sich PSG in den Vertrag eben reinschreiben lassen hat und demnach könnten sie ihn jederzeit für 20 Millionen Euro zurückholen. Ist natürlich auch eine gute Summe an Geld, aber wenn Ebimbe seine Entwicklung so fortsetzen kann, dann traue ich ihm durchaus zu wertvoller als das zu werden und dann wäre es halt eine gute Option für PSG, ihn recht günstig zurückzuholen. Dennoch würde Frankfurt damit Plus rausgehen, aber je nach Entwicklung von Ebimbe könnte es natürlich auch so ein bisschen einen Verlust darstellen, insofern, dass man ihn an andere Vereine für deutlich viel mehr verkaufen könnte, denn man muss sagen, Ebimbe hat wirklich gute Ansätze gezeigt, er gefällt mir extrem gut, wenn er spielt, kann sowohl auf der 8 spielen, zentrale Mittelfeld, als halt eben auch auf der Schiene. Außerdem ist er halt ein extrem dynamischer Spieler, der das Spiel immer verändert so ein bisschen, wenn er reinkommt, hat viele gute Tiefenläufe, kann den Ball nach vorne treiben und ist somit wirklich ein belebendes Element, wenn er spielt und demnach traue ich ihm schon noch eine gute Entwicklung zu und auf jeden Fall, dass er wertvoller werden könnte, sowohl für die Eintracht, als auch für PSG, wenn sie ihn dann eben zurückholen möchten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Zeichen von PSG, dass sie aus der Vergangenheit gelernt haben, möchten ja jetzt mittlerweile schon so ein bisschen einen französischeren Weg gehen, viele Spieler holen, die eben französischen oder sogar einen parisischen Hintergrund haben. Unter anderem haben sie ja schon Diaby und auch Nkunku recht günstig in die Bundesliga exportiert und hatten da dann eben keine Rückkaufoption und die haben sich beide extrem gut entwickelt. PSG hätte beide gerne zurückgehabt, aber müsste bzw. muss dafür jetzt halt extrem viel blechen und da wäre es bei Ebimbe, wenn er sich ähnlich entwickeln sollte, dann halt eben ein leichterer Prozess, ihn für, ich sag mal, nur 20 Millionen zurückzuholen und demnach wirklich ein guter Schachzug von PSG, ob man sie mag oder nicht. Aber ich hoffe einfach, dass er bei der Eintracht zündet und ja, einfach dort länger bleibt, ohne dass ihn PSG jetzt bei der erstmöglichen Option zurückholt. Zudem konnte er ja in der vergangenen Saison in nur 19 Spielen schon drei Tore und eine Vorlage aufweisen, war dann eben auch länger verletzt raus. Ich hoffe einfach mal, dass er in der Zukunft eine ganze Saison mal fit bleibt und wünsche ihm dann viel Glück und der Eintracht viel Spaß mit Junior Dina Ebimbe.